Gut, und nachdem die Pierspiele wir eben souverän das Rennen entschieden haben, ist jetzt die Stapel geholt, um 54.5 Euro dahinter. Die Fans von C. Racing ist das, die haben super Stapel gelegt, ah, sie sind in der Durbel zu weit raus gewesen, das Feld ist in den Form eingezogen und C. Racing fällt auf den dritten Platz zurück. Die U-Boys, das Team auf Siehe 2016, die Führung. In der 60-Persen-Klasse geben sie den Ton an den U-Boys und sind auf Platz 1 zur Mitte. Auf den 2 haben wir C. Racing auf den 3-Jahren gezogen, das ist für den Platz, noch einmal für die U-Boys und auch der 5. Platz. Wir sind noch einmal von den U-Boys angenommen, also da ist richtig was drin, diese Glauben für die Routen, für das Team auf Siehe 2016. Die Führung haben Sie immer noch drin und ein Fahrer verlässt sein, der dort in den kurzen Ausgang, während das Feld erneut vermeint sieht. SC Racing, die U-Boys angenommen, auf den roten Platz, hier in den kurzen Rettung, immer noch auf der 3. Und die U-Boys angenommen, noch einmal für die U-Boys in diesem Rettung. Die Entscheidung, die U-Boys, der letzte Rettung, der 4-Piegel. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn?